Also das Spiel einfach minimiert. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay, dann lassen wir es mal so. Hände hoch, Hände hoch. Hallo, nicht schießen. Hände hoch, schließen. Achtung. German oder Englisch? Deutsch, Deutsch. Komm mal her. Bist du alleine? Ja, äh, ja. Leg mal die Feuerwehrachse weg, bitte. Ja, geht sofort los. Okay. Okay? Wir lassen dich ja anlesen. Okay. Aber nicht durch uns, sondern durch die Handschellen. Nicht bewegen. Du kannst dich befreien, indem du ganz oft F drückst. Wir haben leider keinen Schluss hin. Hab noch einen schönen Tag. Dankeschön. Funktioniert. Dauert, aber es funktioniert. Okay. Höhö. Haben wir sowas auch miterlebt. Höhö. Ach, Mensch. Ah, so ruf meine Karte also auf. Kann ich jetzt mal einen Schlüssel leeren? Da. Ah, toll ey. Ah, so ruf. Ah, so ruf. Ah, so ruf. Ah, so ruf. Da sind die wieder. Geschafft. Ne, doch nicht. Hörst du uns? Ja. Wir haben gerade deine Handstellen abgemacht, wir haben einen Schlüssel gefunden. Geh mal in die Knie. Kannst du immer noch nicht aufstehen? Nein. Geh mal in die Knie. Geht jetzt, ja. Äh, die Hände sind noch gefesselt. Bleib nochmal stehen, bitte. Ja. Ja. Okay. Ich kann dich auch nicht mehr looten. Eigentlich müssten die Handstellen ab sein. Ich kann nicht mehr von deinen Inventory zugreifen. Ja. War dann bestimmt ein Grafikfehler. Ich sammle meine Axt wieder auf, also keine Angst haben, ne? Nicht, dass ihr mich da abknallt. Ja, ja, keine Sorge. Ich glaub nicht, dass das geht, dass du das jetzt versuchst. Drück mal F, bitte. Geht sofort los. Ne, geht nicht. Ich drück mal S. Passiert sich immer noch nicht. Ich drück mal QE, 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 ein paarmal und dann F. Geht gar nicht, bitte. Ne. Ja? Da habt ihr ja schöne Scheiße gemacht, wa? Ja, tut mir auch ein bisschen leid. Ja, wie gesagt, Kollege hat dich eigentlich wieder befreit, aber... Ja, das auch bestimmt. Knie dich mal bitte hin und dann spamm mal S. Die ganze Zeit erst drücken. Mach ich. Also S immer wieder drücken, ne? Ja. Mach ich. Okay. Okay. Jetzt QE, 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 QE. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Du warst ja hier eben in der Feuerwehr. Hast du da nochmal Schlüssel gesehen? Ich hab hier einen Schlüsselsatz drinnen bei mir, aber ich glaub, die sind defekt. Defekt? Ja, ich... Vielleicht hatte ich eben auch defekte. Ich hab sie da jetzt mal hingelegt. Die liegen hier neben der Axt liegen die. Also droppen kann ich die. Hier vorne liegen die. Ja. Ich lege die. Ja. Drei. Du warst doch nicht. Vielen Dank. Ich krieg keine Anzeige. Bleib mal stehen. Mach ich. Also essen und meine Achse aufsammeln kann ich wieder. Achso, ich nehme mal meine Achse in die Hand. Also nicht schießen. Vielleicht geht das dann weg. Kannst du sprinten? Probier mal, ob du sprinten kannst. Ne, kann ich nicht. Aber versuch es, ja. Ne. Also ich nehme meine Achse mal in die Hand. Nicht schießen. Versuch es. Ja, ist okay. Ja, ich meine, in der Hand hast du sie. Ja. Ich packe sie wieder weg. Wenn ich mich jetzt auslogge und wieder einlocke, ist es dann weg oder bin ich dann tot? Normalerweise bist du dann tot. Dass wir auch noch probieren könnten, ich könnte einmal auf den Arsch schießen und dabei versuchen, die Handschellen zu treffen. Äh, nein. Äh, nee. Das soll aber funktionieren. Ja, nee. Wie kann man denn nach vorne beugen? So? Welche Taste ist das? Jetzt nicht mehr bewegen. Kein bisschen mehr bewegen. Okay. Blutest du? Nö. Okay. Steht da jetzt irgendwas? Ne, da steht nichts. Ich probiere es nochmal. Warte. Nicht bewegen. Nicht bewegen, okay. Nee, ich schieße durch deine Hände durch. Okay. Ja, pass auf. Versuch dich auszuloggen. Wir bleiben hier. Falls du wieder reinkommst, dann pass auf, dass hier keiner reinkommt und sich umbringt. Okay, alles klar. Probier es einfach aus. Bin ich ja jetzt eh nicht. Ja. Mhm. Ja.